Groß ist die Freude bei den Fans, als die Spieler des VfB Stuttgart nacheinander den Rasen im Robert-Schnitz-Stadion betreten. Der erste offizielle Auftritt des Bundesliga-Aufsteigers nach der großen Meisterfeier Ende Mai. Und damit zugleich gestern Abend der Trainingsauftakt für die neue Saison. Mit der haben sich die rund 4000 VfB-Fans auf den Rängen anscheinend schon auseinandergesetzt. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Saison? Also ich sag mal, es ist schon Platz 1 und Platz 18, es ist alles möglich. Ich hoffe mal, dass wir so am Platz 10 rumspielen, dass wir einfach gefestigt das Mittelfeld. Und dass wir viel von unseren Heimspielen gewinnen, das hoffe ich auch. Dass wir auf jeden Fall einmal den Klassenerhalt schaffen. Soll der erste Platz werden und naja, es muss ja was kommen. Ob das nicht zu hoch gegriffen ist? Na gut, sagt niemals nie. Trainer Hannes Wolf weiß auf jeden Fall ganz genau, was er von den Spielern erwartet. Dass wir wieder eine eingeschworene Truppe werden. Ich glaube, es hat jeder gesehen, dass wir eine Einheit waren in der letzten Saison. Dass wir das zusammen gemacht haben in all den Konflikten, die er Fußball bietet. Weil immer auch nicht alle spielen können und weil nur 14 pro Spieltag spielen dürfen, obwohl du viel mehr Spieler hast. Noch ist die Mannschaft aber nicht vollzählig. Bisher hat der VfB lediglich zwei neue Spieler verpflichtet. Aurel Mangala und Anastasios Donis, die beim ersten offiziellen Pressefoto mit Hannes Wolf auf den ersten Blick gar keine so schlechte Figur machen. Sind Sie denn bisher zufrieden mit dem eingekauften Personal? Na, nicht ganz. Mir fehlt immer noch ein Innenverteidiger. Gerade in der Abwehr hinten sind wir nicht so gut aufgestellt. So ein oder zwei erfahrene Spieler doch noch in das junge Team reinholen. Zum Beispiel wen? Ja, sagen wir mal von Barcelona oder von Real Madrid oder sonst wäre ich nicht ein guter Innenverteidiger. Aber das ist ja utopisch. Da kostet der VfB so viel, wie der ganz VfB wert ist. Was sagen Sie dann zu den neuen Spielern? Unerfahren. Jung. Wir sind optimistisch, dass die einschlagen und die Saison gut bestreiten werden. Beim ersten Pflichtspiel der Saison gegen FC Energie Cottbus können die beiden Neulinge ja dann bestimmt schon mal zeigen, was in ihnen steckt. Aber jetzt natürlich noch die wichtigste Frage. Wie gefällt den Fans das neue Outfit? Also das Auswärts-Trikot finde ich super. Das Heim-Trikot ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das hat einen Trauerrand. Das sieht halt ein bisschen komischer aus. Hat viel größere Ausstrahlung. Mir gefällt's. Und so ein paar Autogramme von seinem Lieblingsspieler macht doch jedes Trikot am Ende zu etwas Besonderem.